So. Ah! Ich schlägst du mich! Weil die alle sterben! Der Kampf an den Treppen. Selten habe ich etwas spannenderes erlebt. Neuer Blitzschlaf! Blitzschlaf! Da ist noch einer. Da war noch einer. Da war noch einer! Blitzschlaf! Ah! 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 Das ist super! Werdet geläutert! Werdet geläutert! Werdet geläutert durch die Blitze! Ah! 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 Ich liebe! Mehr Anarchie! Mehr! Leutnant! Seid ihr denn? Ja meine Pflegerknappe! Ich helf dir! Ich schlag mich auch! Warum schwebt er? Warum schwebt er jetzt? Was ist los mit dem? Nein! Sagst du Paladin! Blitzschlag! Aua! Sterbt! Nein! Jetzt kommen wir hier nicht durch! Oh nein! Ich will nicht sterben! Ah! Da, ne? Dann bist du kurz bitte! Oder? Das ist auch super! Weil ich meine Anarchie packen gehen drauf! Ja man! Dann hab ich noch 86! Verdammend! Ah! Oh, Entschuldigung! Ah, Dreck! Stirbst du mal Badass-Ritter spring dich um! Du hast zwar volles Leben aber! Uff! Der ist aber wirklich... Halbwegs stark dieses... Oh! Mimic! Ah! Warte! Ich helfe dir ein bisschen! Ihr tötet Mimic! Ja! Jetzt will ich Kleinhold sehen! Oh! Interessant! Du willst Kleinhold sehen! Erzähl mir mehr davon! Oh! Jetzt will er Kleinhold sehen! Ah! Oh! 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 Kann doch nur Krieg sein! Hm! Wieso Krieg das denn machen? Da kann er nicht mal lesen! Blitzschlag! Blitzschlag! Der ist besser als... Unserer! Hör mal! Das heißt, hier müssen wir rein! Ja! Nochmal und so weiter! Er muss hier sein! Also müssen wir hier hin! Was? Erzählst... Was erzählst du denn? Du Gurke! Ich bin Kevin! Die Gurke! Miep miep! Kevin ist genial! Miep miep! Ich hab' ne Panadin! Ich hab' ne Panadin! Wär's wenn du mit einem Raketenwerfer bekannst! Und hab's wie... Ah! Ich hab' ne Panadin! Das chillet die Bitch sich einfach so n'schild! Wer hat der Panadin... Wer hat der Panadin... Ja, ja, ja Ja was weißt du ich denn so kleine gehöre ich hab gesagt bitte nicht lachen bitte nicht lachen hat es jetzt sagt so ungenau aber so geil wie ist meine packen gehen drauf ich will das nicht ich hab dich kann das mädchen seine packen sind aber schon alle weg nein ich hab noch 83 du magst mir dass ich zählen kann ich kann nicht zählen ich kann nicht lesen irgendwie ist ab hier die map grau obwohl wir hier schon waren ähm ist die ganze map grau weiß nicht was los ist also äh bei dir ist die ganze map grau das ist interessant ja also bei mir ist sie schon aufgedeckt aber nicht an der stelle alles kaputt gemacht ja mann man hat nur alles kaputt gemacht verstanden leben kaputt liebe kaputt familie kaputt nie wieder so nie wieder so wir sind zugenommen wir sind abgenommen wir sind zu immer wieder die flasche puren kommen immer wieder die flasche puren kommen immer wieder zugenommen abgenommen zugenommen abgenommen abgenommen zugenommen es ist wichtig dass man abnimmt und zunehmt gleichzeitig es ist wichtig während dem zunehmen abgenommen während dem zunehmen abgenommen ja ja Blitzschark! Ja! Lässig! Ich muss das alles fühlen! Ja, Mann! Alles muss sterben! Alles muss sterben, ja! Was ist das? Alles hat ein Ende! Lelele! Aber die Propetorische! Lelele! 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 Alles hat ein Ende! Lelele! Ich brauche einen Grund, Lelele! Kommt und holt mit ihr Anstrengen! Ich brauche ein neues Papagier! Lelele! Mach ein paar Schlüssel! Lelele! Lelele! Es fällt dem ein! Hält schon was besseres! Du denkst wo du bist! Du bist! Banane! Das ist ja wohl vollkommen Banane! Denkst du und du stehst lieber mir! Geist! Denk der steht dir und der hat einen Schlaf! Zeig das nicht aus! Ich werde alle umbringen! Nein du bringst mich alle um! Es gibt kein Barbecue! Kein Barbecue! Garbage! Ich kille deinen Tod! Na da hin! Ah! Oh mein Gott! Mucki und Tichy! Ooooah! 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 Oh fuck ey! Ooooah! Na wenn du sie gesehen hättest, würdest du das hier für geil halten! Es ist geil! Ja man ich bin ja ganz auf Mordekißt Seite! Ich habe keine Ahnung! Ich hab auch keine Ahnung von Game of Thrones, aber ich weiß dass Geoffrey ein Arschloch war! Ja das weiß ich, aber ich weiß jetzt nicht auf was der Rest der Anspielung soll sein! Vielleicht hat er wirklich so 2 Leibwächte! Was werde ich als ein Duell rausgefunden? Ich habe 134. Oh, das ist schon viel. Aber reicht es auch, um Fiffi zu töten. Gucken wir mal. Ja, man schlag dich selbst, bis du dich selbst drin kommst. Du machst das super. Ja. Ja. Okay, warte, warte, warte. Aulugun-Duell. Ah. Aulugun? Die Aulugun braucht ihre Zeit. Sehr gut. Allerdings töten wir üblicherweise keine Kinder. Ihr werdet ihm also bloß die Arroganze aus dem Leib. Ja! Prügeligen Krieg! Lass sie doch erst mal ausreden. Ich habe mich nur selbst geschlagen, das tut mir leid. Klingt, als hättet ihr seinen Willen gebrochen. Und möglicherweise seinen Kiefer. Kommt wieder, sobald ihr mit ihm fertig seid. Ich werde euch ein Geschenk machen. Wenn ich mein Herr mobil gemacht und eure Freunde umgebracht habe, schenke ich euch ihre Köpfe. Hört sofort auf! Ich befehle es euch! Ich äh... Mach mir! Mach mir! Keine Ahnung, was ich sonst noch zitieren soll. Ich hab bloß die Eko-Serie gesehen und die sind noch nicht mal mit dem zweiten Buch durch. Du hast die Bücher nicht gelesen? Die sind so gut! Echt? Ich hab gehört, die werden voll schnarch. Ja schon irgendwie, aber manchmal sind auch gute Szenen dabei. Du kannst ja auch warten, bis die Serie aufholt. Das ist schon okay. Wovon zum Teufel hat er dir überhaupt? Ja, danke Mordecai. Ich hab kein Problem damit, ihm noch mehr zu schlagen. Ich weiß leider nicht, was er alles getan hat, aber man muss schon in der Serie, glaube ich, ziemlich schiel getan haben. Er ist ein kleiner mieser Bastard! Ich hab doch nicht gesagt! Aber jetzt kommt die ultimative Fanfrage, ist er wirklich ein Bastard? Ja! Ah, okay! Von Inzucht! Ah, okay! Ach, gute alte Zeiten! Oh je, da können wir irgendwie ein paar Generationen Inzucht machen! Ich weiß nur, wie er in der Serie gestorben ist, mehr weiß ich nicht. Jo, dann machen wir jetzt den Nächste! Was hier? Ja, die ist hier. Die Räuber des letzten Bosses. Was Waffenwünsche angeht, seid ihr hier richtig? Können wir euch für ein paar Zauberpatronen erwärmen? Ich hoffe, der Boss respawn nicht. Wahrscheinlich schon, aber man kann da wahrscheinlich durchwenden. Hm. Hm. Ich kann dich leider nicht herausfordern, weil meine Anarchie war schon gut für mich. Jetzt habe ich zwar einen packen verloren, aber ich seh dich doch. Auch damit. Komm her! Dass ich dich abknallen kann! Oh. Der Drache vom Anfang des Spiels nähert sich. Ah, verdammte Scheiße! Mach zu! Wir müssen die ja echt nochmal durch und ihn besiegen. Das ist ja kein Problem. Danke Spiel! Er ist jetzt leider Level 52, was sei der Scheiß! Das ist immer noch eine Krackpussi. Letztes Mal war ich Salber, da konnte ich ihn wenigstens besser treffen. Aua! Dinge! Hallo Gun! Ich will nicht meine Packen verlieren! Gott! Ah! Ah! Oh toll! Er ist resistent gegen Feuer. Also meine einzige Sniper nutzt hier gar nichts. Pack nur drauf! So eine Pistole! Ja, eine Pistole, mit der man so gut wie nix trifft. Und die auch Feuerschaden macht wahrscheinlich. Ne, ne, Feuerschaden macht sie nicht. Hast du nur zwei Waffen, Daniel? Ne, ich hab noch einen Revolver, mit dem er aber auch so gut wie nix auf keinen trifft. Das ist ein Ries. Das ist ein Ries. Das Problem ist, die Autoraffeln ist von Torken, die Munition fliegt ungefähr so schnell wie... Ah, fuck. Äh... Oh, sorry. Nein! Werden die gerade getötet? Ja, ich. Ja. Aua. Au! Oh, Gott. Hörte ihn! Nein! Schnell! Oh, pfff! Irgendwo Bingo, Mann! Danke. Kleiner, harriger Arsch! Ah, du Cycling, Cycling! Ah! Du Cycling, Cycling! Ja! Ja! Was groß denn? Oh! Ah! Öffne deine Ader! Dreckige... Nein! Ich... Warum? Du stirbst nicht heute! Du stirbst jeden Tag! Guck mich nicht so vor, wo bist du dran! Aber lass dich mal mal für die Axt treffen! Das stärkste würde ich auch! Oder ne? Landet der nicht auch ab und zu mal? Nein. Das ist doch nicht Skyrim! Was sagst du denn? Was sagst du denn? Wo ist Ronda? Skyrim konnte man die Drachen immer so schön finishen! Was sagst du denn? Oh ey! Kommentar vom Handsome Hackster! Natürlich! Der hat ja die ganze Zeit die Scheiße kommentiert! Ich hab grad jetzt das erste Mal... Ne, also ich meine während dem anderen Boss-Car... Ja, ich weiß! Aber... Ich dachte, er würde sich hier jetzt nicht so gemeldet... Weil das ist jetzt gar nicht gemeldet... Der ist totes... Blöd! Ich kann auch den Boss nochmal machen... Ich weiß ja nicht... Ich kann nicht lesen... Der kann jetzt hier nicht lesen... Alle können hier nicht lesen! Aaaah! Das ist... Macht Sinn, ne? Das ist alles Käse! Aber du... Scheiß Drachensäugling! Steh auf! Du hast Leute zu verletzt! Kann ich nicht mal am Nahkampf angreifen, die Bitch! So wegläuft wie so ne... Bitch! Bitch! Oh, ich hab nur Scheißwaffen für den Kampf hier, ey! Bevoll der Scheiß, Smokey! Lass ihn nicht so einfach übertöpen! Denkel und weg! Auspendeln! Aua! Smokey, was? Oh, nett mich! Ich spüre kein Messer in meinem Rücken! Nein, das ist auch kein Messer! Ach! Ich versinn dich nachladen, Karin! Ich versinn dich nachladen! Okay! Okay! Oh! Das ist Stern, Mann! Wenn ich treffe, mach ich Kutschaden, aber ich treffe halt nicht! Ech! Mehr Fluss, Joey! Oh, lass das nur! Blitzschlaaag! Ah, das war zu viel! immer so die wie nahe vor mich muss ich schießen hätten wir bloß funktionierende Teleporter müssten diese Scheiße nicht geben ja ist echt so aber leider hat keiner von uns funktionierenden Teleporter, da schweiß ich nicht so denken, nein ihr habt jetzt Mörderlings Temple gemacht, sonst ne, ihr habt es nicht geschafft und deswegen du hast deinen Charakter gewechselt, dafür resetten wir dir die Reise Location aber das soll ja nicht sein, dass er eigentlich als Salvador zu empfiegt wurde dachte ich ja, so ne weil ja quasi nach unserer letzten Aufnahme glaube ich, war das haben jeweils bald ins 2-P-Cycle 34-Biabend-Updates bekommen die haben kleine Patches, wo neben mir steht, was es war, gepfickt vielleicht war das irgendwo sowas in der Richtung und Gearbox hat wieder was kaputt gemacht NEEINN CERNO meinst du sie bringen nur äh CERNO meinst du sie bringen nur Patches raus um Sachen kaputt zu machen im Nachhinein wahrscheinlich vielleicht ich meine wir können nicht mehr unsere Steam-Namen benutzen wir müssen unsere wir müssen unsere Shift-Namen benutzen und irgendwie und irgendwie ist Admiral Patze irgendwie äh keine Hunken böse ja, wegen Admiral das ist halt weißt du, das ist Krieg verherrlichend langsam wird's wirklich lächerlich ja, wir kriegen zimmelt im Kack da ja, wir sind so kurz davor ja man, wir haben schon bald ein Drittel ja, ich versuch sie alle platzumachen und checken, es tut mir leid es dauert halt eben best kann man da nichts dran ändern, man ich meine, ich kann die auch nicht lese na, keine Money mehr NEEINN die sind überall so kleine Kristalle die du dich aufladen kannst ja das ist der Rakete wieder von da ist du verkackt ne, hab ich aber wo hier die Grünen Linger weiß nicht wo hier wo ich bin zum Beispiel da bist du ich brenne gerade ein bisschen so vor mich hin das ist okay ok, very nice ahhh, dieser blöde Drache warum müssen die Gegner hier auch mitleveln wer hat das wer ist verantwortlich für diesen Schabernack lass mich nicht ich weiß nicht wer die Idee hatte auf dem zweiten Durchlauf zu spielen aber ich weiß nicht was machst du denn da hin naja, aber warum leveln die Gegner mit das ist die Warenkameleger Modus das war nicht ewig, aber anscheinend sind wir hier noch in einem Bereich, wo die mitleveln naja, was? ja, die Gegner eben warenkameleger Modus leveln halt viel länger mit die mitleveln frei ja, mann fahr mal den zu Hackfleisch noch's autogant ey, ey boah, erst mal fast die Hälfte zu ziehen du müsst ihr mich fahrt ahhhh 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 wow, das ist ja schon in dir es mag mal nen Schaden ahhhh ahhhh auja, 100 kommt schon, kommt schon, ja er ist erst dann ahhhh ahhhh er macht auf, er macht nen Feuerschlag Er wird sich nicht zurückziehen. Oh, nicht wahr. Hilfe! Nein! Nein, Kilo! Nein! Ich habe ihn getötet und mich gleich selbst wieder getötet. Ah! Ah! Nein, wir haben zwei Männer verloren! Alles gut. Ich lebe wieder! Eins zu null für das Geschütz! Hallo Männer! Ich kriege Flashbacks.